Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fairytale. Weiter geht's. Also diese B-Mission. 20 Flüttere. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Denn die Zeit ist ja meine Truppe ein bisschen gelockt. Aber es sagt, festgeschrieben. Ja, das ist nicht so toll. Um beim Leveln zu machen. Okay. Ja, was hast du denn jetzt? Ja, Juvia schon wieder. Okay, Leon. Wieso willst du unbedingt Juvia haben? Ja, was hast du denn? Oh, Juvia schon wieder. Das ist meine Gilder. Das ist ein Mann und Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Was ist das? Ja, ich habe mich nicht verletzt. Ja, ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Das war jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Okay. Das war morgens. Ja, es ist ein Mann. Das ist eine Frau oder glucosische Wurzange. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Na, eine Frau? Was ist das ihre Frau? Das ist ein FrauKammer. Das Frau anego hinter der Frau? Das Frau? Das Frau? Und er hat es zu weinen, wenn ich mich nicht verletzeile. Das war wirklich ein Wettbewerb, was ich? Ich weiß nicht was, ist das! Das war mein Wettbewerb, die Drakken nicht umdrehen. Ich dachte, dass ich daran auch noch nie bin. Das war's für mich. Ich glaube, ich mache es gerade ein bisschen zu schnell. Der Mann ist ein Schuss. Aber der Mann ist ein Schuss. Wenn man sich die Schuss mit einem neuen Karten triegt, dann können Sie es sehen. Das ist ein Schuss. Der Mann ist ein Schuss. Sie sind das Schuss. Ja. Geht erst mal dahin. Lieber nicht. Das gibt nur Ärger. Wer seid ihr eigentlich? Wer seid ihr denn? Okay, die wollen Kampf. Können sie haben. Wer nimmt das? Mit einem Schlag besiegt. Ja, die war kein Problem. Also zur Arena? Ja, ähm, wo muss ich da hin? Na, unten. Das ist also die Arena. Oh ja, ist sehr groß. Ja. Zurück zum Zuckerstatter. Na. Da, da. Was ist das? Oh oh, sie fang an. まあ 予選だぞ 聞いてないぞ 113 フィオーレ中のギルドの数にしては 多すぎるような 予選ならば事前に通達しておけば良いもの 不可解な段取り 多すぎるギルド 謎の魔力 毎年参加ギルドが増えて 内容が薄くなってると指摘をいただき 今年は本線を 八チームのみで行うことになりました 予選のルールは簡単 これから皆さんには ゴールは 本線会場を ドムスフラウル 先着 八チームの本線 魔法の使用は自由 制限はありません ただし 五人全員そろって ゴールしないたし それと 命中で命中を落として ライマトウエンブーよ おまん! もう一人で遭遇さまる 待て ゴールの規定が… ウェンディー!! ウェンディーがいなくても 男性がここにいる Okay So, Elfmann ist dabei Hahaha, Gast Elfmann Wir müssen gegen Trinite ogre Hmm Hmm Habe ich irgendwas Eine bessere Formation Glaube nicht Besiegt Die war kein Problem Labyrinth Da müssen wir durch Jeder der Eine Map hat Fickt das 29.000 Schaden 30.000 Schaden Okay Das ist ein Das ist ein Mann! Das ist ein Mann! Das ist ein Mann! Okay, Borgs, das Hauptevent. Borgs, das Borgs, das Borgs, das Borgs, das Borgs. 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 Okay. Borgs, das Borgs, das Borgs. 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 Ich glaube, die Attacke wäre dafür ganz gut gedacht. Oh, ja. Dann noch mehr. Okay, noch weitere Kämpfe. Ah, nur noch einer. Da wird, glaube ich, das nicht reichen. Okay, Mann, ich bin ein bisschen zu schnell, Mann. Dann wird den durchlesen. Okay, ich bin ein bisschen zu schnell. Da gehe ich mal zur Gilde. Okay, ich bin ein bisschen zu schnell. Okay, ich bin ein bisschen zu schnell. Okay, ich bin ein bisschen zu schnell. Ich bin ein bisschen zu schnell. So, 20 Flüterer erledigen. Das dauert. Habe ich das Gefühl, da werden die stärker. Wie soll ich das hier machen? Oh, wenn der kein Gegner in der Nähe ist. Haha. Sie einfach hinlocken. Ich bin ein bisschen zu schnell. Okay, 18. Okay, hätte ich vielleicht einen Finisher machen sollen. Das mit dem Finisher muss ich noch irgendwie ausklügeln. Das sind halt nur viele, das sind halt nur viele, die ich erledigen muss. Halt, es dauert nur, das ist ein langer Grind. Wie soll ich da hinkommen, wenn ich das doch nicht zerstört habe? Okay, das ist ein Vor-Tort. Okay, das ist ein Vor-Tort. Einer ist weg. Hier müsste doch eben und noch ein Flutterer da sein. Okay, Grey ist fast zu wie ein Level ab. Grey ist Level ab. Da hinten sind noch Flutterer. Okay. 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 Da ist doch noch Kiste. Level 50! Ein W integrating. Oh nein. Ah yes. 3.000 Schaden 3.000 Schaden 3.000 Schaden 3.000 Schaden 3.000 Schaden 4.000 Schaden 5.000 Schaden 5.000 Schaden Einer ist weg Ein bisschen Leben brauchst du Und besiegt Level up Uh, Level 50 ist noch ein bisschen hart Hehehehe Hehehe 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 Da isst du noch was Da kann ich noch gar nicht lang Da ist ein Soldatenweg Auf zur Gilde Hehehe Wie viele neue Da sind sehr viele Sachen neu gekommen Jetzt Sehr viele Na Falsche Taste Die Frage ist Muss ich um das jetzt zu machen Irgendwie Nach Krokus oder Maglolia Wird nicht ersehen Aber ich mach jetzt hier erstmal einen Cut Und bis zum nächsten Part Möähr Halt Halt Vielen Dank.